Hallo und herzlich willkommen. Wie spielen wir denn eine Runde Call of Duty Black Ops 3? Wie hieß das hier nochmal? Die allergrößten Ideen. Ja, mit dem allergrößten Ideen. Ja, wir machen wieder Road to Prestige. Du hast ja schon Prestige 1, aber wir spielen jetzt mal... Weiß ich nicht, Oldschool oder so, und spielen wir mal im Splitscreen. Online. Zum Glück habe ich 55 Zoll, dann ist das angenehm. Natürlich. Sonst würde ich das nicht machen. Nee, auch nicht. Sonst würde ich... Will mal einen Standard-Deathmatch oder wollen wir... Ja... Jetzt sag mal. Ja, Team Deathmatch. Hau raus. Gut, dann machen wir Team Deathmatch. Team-Oro-Death-O-Match. Warte mal. Dupe-Step-Line von 40. Warte. Dupe-Step. Dupe-Step-Line von 40. Den heißt Dupe-Step, glaub ich. Ja, ich weiß. Dupe-Step. Dupe-Step. Am besten noch ein T dazwischen, weißt du? Lion. 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 YouTube-Scheiße. Ja, Frozen-Artem 300. Frosemart, was? Artem. Artem. Alter. Ach guck mal, Aquarium wieder hier. Ja. Fischi-Fischi. Blub-Blub. Ich bin hier auch ein Haare-Schwanz. See-Cleaner-Update. Ja, nee, keine Zeit jetzt. Ne? Dann haust du einfach mal ein Video rein, ja? Ja. Einfach, was auf meinem Desktop so aufploppt. Ah, Letzka. So, hier. Ach, du hast die Kinect-Rüstung. Ja. Ich wollte schon Kinect-Rüstung sagen. Du hast die Kinect-Rüstung. 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 Reiniger. Wer war nochmal der Arsch mit dem Flammenwerfer? Äh, Reiniger. Na gut, wir haben zumindest einen davon. Ja. Ein anderer auch. Ein anderes Team. Ja, ja. Ja. Die Therapie oder die Break-Ups. Ups. Ups. Der lädt aber doch schon ein bisschen lang, ne? Ja. Egal. Ich hoffe, ich muss den Ton nachher nicht noch ein Stück. Da muss man mal... Oh, ach! Oh, sogar noch klein. Oh, ja! Oh, ja. Oh, ich hab ihn schon. Oh, ich hab ihn schon. Oh! Wie war das denn? Oh, ich muss mich nicht nur noch. Ich muss mich nicht überall... Ich muss doch mal wieder runter. Wärts egal, aber an der Hose? An der Hose, mir klar. An der Hose. Was ist das rum? Aber so... Vorhin ist halt alles klein ey. Ja, irgendwie schon. Und doch automatisch sieht die Grafik auch schlechter aus. Ja. Kann ja sein, dass die das irgendwie so angefangen haben. Ah, f*** dich doch. Ich habe aber auch nicht. Mann. I'm the Rocket Launcher man. I'm the Rocket Launcher man. Warte. Baktisch. 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 Echt, nein. Echt, nein. Ja, gut, dass ich keiner bin. Ach, der Wichser da hier. Oder Wichserin. Ja. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Feindliche Drohne gesichtet. Ähm. Gänse doch. Gänse, Gänse. Gänse, Gänse. Oh. Gänse, Gänse. Oh. Ja, ich glaube. Ach, der, die Drecksau. Im Wasser. Im Wasser. Gänse, Gänse. 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 Aber trotzdem, hör mal. Im Wasser. Gänse. 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 Äääh. Mä. Gänse. Äääh! Ich weiß nicht immer, du schmierst. Ach, scheiße. Ich habe mir von einem Besser geboren. Was ist das? Was ist das? Scheint. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Verteidigungssysteme online. Ach, jetzt habe ich ihn hier unten. Scheiße. Eins, zwei, drei. Eins, zwei tot. Aber ernsthaft? Ja. Oh Mann. Fick genug. Achtung, feindliche Schwebeladung gesichtet. Jetzt können Sie auch probieren. Blühstück, meine Wege. Bereit für Wirkungsfeuer. Ja, wenn ich das klinge, bestimmt. Ah, nein. Ah, nein. Der fangt doch mal auf. Der sieht gleich aus den Händen. Leg zu. Aber da ist, äh... Unser Mann. Ein Abschuss. Der hat bestimmt meinen Standard einschlägt. Der hat bestimmt meinen Standard einschlägt. Der hat vielleicht... Ziel erledigt. Ja, oh. Wahrscheinlich, oder? Das hat er. Ziel erledigt. Ich glaube. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich auch nicht. Achtung. Auch eine kleine Schreiber. Ach. Feindliche Vorwerte von oben. Feindliche Schwebeladung im Operationsspiel. Feindliche Drohne nähert sich. Das ist blöden Rundfall. Das kann man nicht so sein. Ich hasse das, wenn das Verbünderfall vor der Nase kommt. Dann ballerst du dann immer hin. Ja. Ich bin erledigt. mehr Erfolg beim nächsten Mal. Ah, guck mal, jetzt läuft sie in ordentlich. Ja. Tatsächlich. Hey, mit einem Shotgun und einem mit der Arus. Arus. Ja, du krass. Mit einem Schuss bist du weg. Ja. Echt, ey. Jetzt fühle ich mich als wenn wir so Xbox 360 spielen. Ja. So von der Grafik her. Ja, richtig. Ist für dich, ne? Ja. Mr. Gaming zockt. Mr. Gaming zockt, ich kann mich meinen Arsch lecken. Hör mal, lass ihn halt nicht mitkriegen hier auf YouTube-Videos. Mr. Gaming zockt, lecke mich doch Kreuz. Hör mal, alle Ebenen und direkt beleidigen. Kriege ich überhaupt welche? Ja, guck mal, du hast 34 Stück und du benutzt die nicht. 35? 35. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, guck mal gleich mal so zwischen Tür und Angel. Aber ist ja diese Kack-Map da, wo dann alles nur... Ja, da gibt es ein Easter Egg von Black Ops 2. Nein. Nicht Easter Egg. Ja, wie heißt? Na, sag mal schnell. Ja, Zombies. Mein Gott, irgendwann hat er doch noch auf. Ich zeig dir das gleich mal. Dann kannst du da mein Video vorstehen. Ja. Kannst ja schon mal mitgehen. Gib mal in das Haus da rein. Ja, mach du doch. Ja, sag mal, die Leute können ja auch den unteren Bildschirm aus. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, das ist die Scheiße. Ja. Die hasse ich so. Ja, was ist das? Siehst du da jetzt? Da, die... Ja, da sind es hier, die Perks von Zombies. Und die ganzen Perks. Ja, ich hab'n Kill! Und du hast echt, ehrlich recht, dass die ähm... Fuck! Die Grafik runterstellen. Krass, ne? Dass die neue Konsole oder die Engine nicht mal Blitzcreen online vertragen kann. Das ist schon hart, ne? Ja. Das gute Konsole fügt die anderen Seiten. Du, krass, ne? Ah! Fuck! Fuck! Cut! Ich find' ja auch lustig. Wenn die da... Lustig? Ja, wenn die ähm... Ihr... Ihr Ofer, ja, alles online. Ja, der ist online, ist okay. Ja, Homo ist online. Homo ist online. Mr. Gaming Omo. Mr. Gaming Omo. Mr. Homo. Mr. Homo. Alla, was ist denn los mit mir? Ja, das weiß ich nicht. Die Aufregung, du bist jetzt im Internet. Jo, alt, gleich im Internet. Im Internet. Im Internet. YouTube, das sind gern YouTube. Ah! Die beleidigen, wieder ohne Grund, weil sie nicht wissen, wie... Die zwölfjährigen wissen noch nie was zu tun im Internet. YouTube Money, YouTube Money. Jo. Ah! Wenn der Ding getroffen hätte, hätte ich dich jetzt gefeiert. Ja, ich mich auch, ey. Da sitzt einer in der Ecke, Mann. Lauf doch. Ja, ich wollte von hier oben. Also unten. Ja, ja. Ui. So. Wo ist denn einer? Ah! Hinter uns! Hinter mir! Nein! A! Fick! A! Fick! B! C! Fick! Ah! Fick! Ah! Fick! B! Ah! 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 Leider is only here, durant... Hmm. ...owann?" Ah! Ah, yeàng, zveile kicked. Oak nein! Granate. Ich habe mich nur gerettet. Echtnich! Heheheheh Ich schon! Probably getötet, Mann. Kab première. Kobee. K darkness wollen den Marker. Matt was in deinem Ukrainnes har cutt. But oh! Moja! Weilia. waren ja mit dem reiniger du bist verbrannt und ich bin von der schwebebahn gekillt worden ich hab ihn gekillt hätte sie dich mal hingelegt egal der ist tot scheiß reiniger hier und ich habe meine kriegsmaschine jawohl ich hätte sofort mit dem das ist so wo ist er denn nur ein schade die liegen aber wieder so übel krass zurück ja 33 57 schon ein bisschen ein bisschen bewährlich ne ja er hätte so eine gute geldgaming geliebt aber nein er hat es mir nicht getan boah ich will nicht mit dir spielen verstehe das doch mal jetzt kommt der alberto song ich will doch nur spielen ich tu doch nichts nein nein es hat mir wahrscheinlich schon ein paar whatsapp geschrieben aber ich sehlos ich bin internetplatz h h h tritt h 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 haben die größten die von jeder Seite Alter da ist so eine Headglitch Kandidaten Map nein ich finde ich nicht von jeder Seite offen ich hasse die Map das ist der perfekte Spielplatz für diesen nein Camper ne? die Headglitcher namens Headglitcher Headglitcher ja sorry tut mir leid ja da kannst du dich da kannst du nur wenn am Kopf getroffen werden und bist aber überall geschützt wenn du vom Spawn die Leute abräumen vom Spawn Leute abräumen ist ja richtig scheiße deswegen machen viele auch bei Suchen ach nein Herrschaft weil wenn die eine Flagge wenn wir beide A und B einnehmen Spawn die nur bei C und dann kann man gut aufrollen oder die machen das mit uns die haben C und B und haben A für uns ... ... ... ... ... ich wenigstens wieder lebe gekriegt wahrscheinlich war die mitnehmen nehmen lieber zehn weil dies auf besser als auf langer sicht ist normal besser als selten ja wenn man mal sehen würde ja hallo da hat sich einfach mal blick ob es drei aufgang er hat noch dann ist ja noch nichts passiert und weder der fehler wie muss also halluzination mein gott jungen er ist auch in 8 8 kommen wir noch mal stellen sie wieder acht die sagen sie nicht in geid karl aber das ist für die welt aber kein magazin erweiterung weiter legendär jung schön nur habe ich nicht auf der stufe und hier da ist er war habe ich nicht weil er will fünf fünf sieben stimmt als ja nicht der macht da sie bestimmt voll schwul schwul oh himmel spektris körper thema so so wo muss wo äh in die tiki doofe kuh noch mal ähm ja speziellisten und dann äh y und dann körper und dann auch entweder auf schwarz man aber man muss gucken welche du jetzt gehabt hast weil du hast ja mehrere und wenn er die noch nicht freigeschalten hast dann sag ich gerade geh mal zurück ob b ob b und jetzt muss einmal nach lb oder rb gucken ob da irgendwas lb weiter weiter ok du hast noch also da wo du gerade himmel bekommen hast die hast du noch nicht frei ja herzlichen glückwunsch ja machen wir mal abschluss bestätigt exodus warte kannst du die haare auch entfernen von der tuse nein guck mal deine hat da rote haare du hast ja die gleiche wie ich ja aber das ist wegen dieser mütze ja das ist irgendwie so komisch da für die kopfteile das ist eine maschine ja das ist die psycho psychoschlampe ja ja psychoschlampe ja ja psychoschlampe ne der mit der sensor äh da wir haben drei sensen drin alles kann da kann nur die runde gut werden ja wir haben zwei reiniger ja ich finde den reiniger doof kannst du aber gut mit amt räumen ja ja klar abschluss bestätigt das stimmt so waffen schafft und 3 call of duty splitscreen ist der offizielle downgrade der grafik black ops 2 noch nicht läuft warum ist meine waffe jetzt so ach der lädt bestimmt nur die tarnung da hatte ich letztens schon mal ja da hat sie da irgend so ein fehler will kummer ich hab doch keine rote tarnung drauf nein er hat irgendeinen fehler in der grafik ein abschluss krieg da online wieder nicht geschießen wieso nur fünf ach so ja jetzt weil ich wollte schon sagen wieso denn nur 50 trottel am schluss bestätigt ja schön der abschluss gibt 100 punkte der bestätigte muss wahrscheinlich erst mal sterben oder man wollte guck mal meine hier guck mal die ganzen texturen sind auch gar nicht geladen war nur war ja komisch und jetzt immer noch nicht äh irgendwann stimmt es hier nicht meines über die gleiche leitung weil wir aber an der konsum zocken bei mir und trotzdem habe ich da irgendwelche grafischen fehler hatte ich auch noch nie also zumindest nicht so lange ja auch nicht meine fresse immer von hinten ja von hinten ihr kennt das ja nicht von hinten ist am schlimmsten ja weil du dich von vorne nicht trauern konterdrohne nähert sich ah du missy alter du missy erlebt ey ja genau ey guck mal ich hab das immer noch immer noch ey ich glaub die episode heißt offiziell ich bin ein glitch ja danke dann komm bitte ja guck mal von der anderen seite auch keine chance ja guck mal von der anderen seite auch ja da du mit dem messer ah jetzt sind meine texturen auch mal geladen so Meine Fress! Meine Fress Aua! Ja! Als wäre es nur so ein Ziel im Ort. Immer der mit dem Messer, der kann doch nichts anderes! Genauso bin ich auch, ich hasse das in Call of Duty. Wenn der Messer spasst, du kannst nichts tun. Und du kannst auch nicht nachvollziehen, warum der so gut ist mit dem Messer. Wir sind auf Youtube, wir dürfen keine Schimpfwörder einsnatchen. Wir wollen keine Abstammung von den Sachen. Wir wollen keine Abstammung von den Sachen. Weißt du, du zahlst Tausende von Euro für diese scheiß Leitung und dann funktioniert das nicht. Ach, für das Spiel meine ich. Ich wusste jetzt nicht, weil ich so viel für die Leitung zahl. Jawoll! Man kriegt jedes Jahr ein neues Spiel und dann wird es trotzdem noch verschissen. Okay, da ist der Zombie-Modus, bin ich sehr zufrieden, aber... Die Leute kaufen uns ja auch, was willst du? Ja, natürlich. Ah, jetzt hat er... Ach, für den Scheiß jetzt bin ich so weit gefackelt, ey. Donnerroll! Ja, verdammt! Jetzt habe ich ihn hier nicht treffen können. Ah, für 7 ist auch nicht gut. Ich hab den gehabt, ey. Nice. Ah, der steht... Was war das denn? War der unsichtbar? Ach so, das war so ein Ding. Ja, das war so ein Ding. Ach, scheiß nicht. Talon oder... Talon. Mist, wo hat die kaputt? Wo ist das Ding? Oben. In das Häuschen. Oh. Und das grüß ich? Nichts! Alles so schlecht! Oh, alter ju! Löhne mal Knödel, ey. Ganz ehrlich. What? Feindliche Drohne gesichtet. Neiner. Wart mal. Feindliche Drohne ist an den 사고. MAAA. Shit. Also... ich komme wahrscheinlich mit so einer schlechten Minus-KD in die erste Prestige rein Ah, jetzt habe ich die Farbe verwechselt hmmm Hätte ich jetzt noch einen riechen können Ach, scheiße Jawoll! Mit dem Messer erwischt Ah, nein! Du kommst direkt hinter mir und damit... Oh ja, klar, ja gut, wenn man natürlich den jetzt hatte, dann ist klar Das habe ich nicht gesehen Du kriegst die Maschine, habe ich recht Ja, ja So Ah, hinter uns! Ja, habe ich immerhin Und dann noch von der Seite Nice Boah, die echt, Alter, die zerficken alle Ich wollte da durchfahren, gehen wir doch nicht auf den... Oh no, das hat er jetzt nicht getan Ja, doch, mit einer Granate, ey, hat er mit weggeholt Nachtrank 3, okay Nachtrank 3, okay Nein, Mann, leck mich da noch an zwei Stück Ich hole uns mal so einen schönen, ne Drohne Ah, das gibt's doch noch nicht Nein, in der Fresse, der mit dem Messer, der geht mir auf den Sack Ja, was denn aus, ihr Leute Ja, ein Messer ist echt... krieg ich echt kotzen, wenn die Leute mit dem Messer so krass gut können, ne Ja Sag mal, sei froh... äh, ja, ne Ich bin ja froh, dass ich einen Controller habe, ne Oh, nicht kaputt, ich kauf dir keinen Naja Ich bin ja froh, dass ich noch einen Controller habe, noch Jaaaa, sichern mit dem Radgegenwerfer So war ich auch gerne, weißt du? Ja Beim Team-Mate ist das egal, aber nicht beim Gegner Team-Mate, da kann ich gotzen Ah, ich versteck mich die ganze Zeit hier, ich glaub das nicht Wo saßt der denn? Ach, nein Na also, geht's doch Noob Tube Ja Jawoll Ist auch nicht von dem Team da Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Scheiße Um Alberto Ja, ich hab ein bisschen Ja, das ist der Hinder-Typ Ich werde da los spielen Oh 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 Ich tu doch nichts Ich kill dich nur Oh 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 Alter, ich hatte doch diese Kinetikweste Rüstung Arschloch Oh Manni Gott, wie kann man da so schlecht daneben schießen wie ich gerade? Ey, da war ein sicherer Kill, ich droppel ey. Die wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen, die Zuschauer hier. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Oh, vorne Seite, Spasti, Alter. Ja, aber wir bieten mal was anderes. Auch wenn es vielleicht keiner sehen will, es geht ja nur darum, dass wir Spaß haben. Oder uns aufregen, irgendwas, was ich weiß nicht. Ey, ich hasse das, wenn die da einfach blöd an der Ecke stehen. Gleich eh ähnlich, ich glaube 85. Sag mal, ich habe immer mehr Punkte als du. Ist mir aber egal. Ich bin der Schlichter, aber eigentlich. Hab ich den gesehen? Ey, das gibt es nicht, 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 die laufen immer wieder gleich in die Richtung und... Hab ich den abgeworfen? Nö. Was? Fotze, my Bitch. Fotze. Fotze! Fotze. Ach, nicht, die haben wir getroffen. �h! Fotze! 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 Ja, herzlichen Glückwunsch! 14, 23! Ey, ich bin besser dran als du. Boah, Alter, wär so ein Fresse gekriecht! Obwohl es geht, 82 zu 100, wird doch schlimmer auskommen. Ja. Das ist Juncker, ne? Aber da hast du Spielbonus 825 und ich hab irgendwas mit... 1000... 2000 oder was? 1000, 2000. Alter, es gibt komische Designs, ey. Ja. Ja, Toxic Chills, der hat so ein geiles Spiel. Da unten drin. 1. 14, 23. Alter, ist das schlecht. Verwehrt 4 Stück. Ei, 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 ei. Gar nicht gut. Nee. Nice. Ja. Ja, das sollte man verbieten, ne? Ja. So, was hab ich denn gemacht hier? Ja. Ja. Nee, ich geh raus. Tut mal leid, ich hab keinen Bock auf Fringe. Bin ich ehrlich, ich hab keinen Bock drauf. Jetzt komm mal, ey, nee, doch nicht. Was denn Beach? Komm, wir in den Beach. Du kannst auch was wählen, ne? Ja, fand ich das. Ja. Muss ich nicht. Ich hab gedacht, der zählt für 2. Nee, nee. Wir waren in Call of Duty Black Ops. 2. Bleck Ops. Bleck Ops. Bleck Ops. Bleck Ops. Robi. Alter, guck mal. Prestige 2. Und 3. Acht. Acht. Herzlichen Glückwunsch, Homo. Dreht mal vollspammen, ja? Alter, der hat doch bestimmt schon einer... Ach, der hat bestimmt schon viele Master Prestige, ey. Ja, wundert mich, mein Nachbar, der ist, ey. Der ist ja am Suchten. Am Suchten. Am Suchten. Am Suchten. Am Suchten. Also, ich glaub zumindest, der diverse schon Master Prestige haben wir die Spieler. Guck mal. 5 gegen 4. Was ist denn das für ne Scheiße? Jetzt wird... Ah, schade. Ich wollt grad sagen, jetzt wird gefickt. Guck mal. Jetzt wird's immer 2, 4, 6 gegen 5 oder was? Ne, 6 gegen 6 jetzt, okay. Guck mal, jetzt ist es aber richtig geladen hier. Ich wollte dir mal, du... Der allergrößte, äh, keine Ahnung, ich hab schon wieder vergessen, was er heißt. Der allergrößten Idioten, Minion. Auf, Anna. Hat das runtergefallen? Nein. Ich finde keine Gegner, und du? Ja, auch noch nicht. Ich hatte da gerade einen. Und jetzt hab ich ihn. Was ist das denn? Ah, ja, weißt du, ich seh keinen Gegner, aber bin tot. Und der andere ist dreimal schon gestorben. Shit. Shit, shit, shit. Alter, ist das? Fluchen sollte man... ...nicht so. Nein! Ballert irgendwohin. Ja, aber die Kraft ist da echt richtig. Ist hart, ne? Ja, ja. Das ist ja ein bisschen... ...zieferklich worden. Ah, fick, fick, you! Wollte ich schon sagen, Scheiße. Ich hab' ich schon mal direkt auf den Wegsland. Ja, ist besser. Jetzt hab' ich irgendwie überhaupt nicht vergessen, was das so geht, aber... Mann, ich hab' ich schon mal verstanden, was das so geht, aber... Mann, ey, mit der Scheiß-Kuh da, Alter. Jetzt hat's aber gerade ein bisschen geleckt, ne? Ja, ein bisschen. Feindliche Drohne gesichtet. Achtung, bei der Funde näher sich... Was? Wo ist denn meine Rakete hin? Ach, scheiße, Raketenwerfer. Eieieieieieiei. Jetzt gibt's wieder ordentlich auf das Fresse hier. Ach, ey, was ist denn das? Guck mal, wer hat denn denn... ... 10.000 Schuss in der Sekunde oder was los? Das gibt es nicht, ich habe keinen Bock mehr, ich balle, balle, mh, galt, bruh, so, weg. Oh, man. Ich bin wieder. Weiter. Oh, nein, ich bin wieder. Ich bin wieder. Na, da noch mal. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich gebe es auf. Gott verdammt noch mal, ey. So schlecht kann man doch gar nicht sein, jetzt. Rage quicken. Nee, das ist aber auch uncool. Bin ich auch. Ja, ja, man merkt, ich habe da so keine Erfahrung in Call of Duty. Ah, das kommt noch. Ja, Fletcher ist beim übernächsten Call of Duty oder danach oder danach oder danach. Ach, Call of Duty gibt es auch noch. Ey, du musst doch auch die Dinger hier einsetzen, du Tutte. Ich weiß nicht. Ich habe die nicht abgeschossen. War nicht meiner. Hinter uns. Ja. Der kriegt mich noch. Tut mir leid. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wollst deine Vorräte abschnacken? Shit. Wie wird dieser scheiß T-Lohn? T-Lohn. Schreibt es in die Kommentare. Der hat richtig heiß. Alter, der rennt einfach mit vorbei? Oh, der ist vorbei. Der Homo sitzt da wahrscheinlich irgendwo, oder? Ja, ja. Da ist er noch. Da ist er noch. Und ich krieg den. Yay. Schade, als der keine Facecam, sonst hätte ich das eigentlich mal Homo-Dance. Alter Schwede, der krieg ich so auf. Fresse, das ist unglaublich. Ich krieg's ja Augenkrebs. Na also. Nein. Ficken. Scheiße, das ist nicht gerade so gut. Jetzt habe ich die Kriegsmaschine zwei Kiste, dann krieg ich aber auf die Fresse. Oh, ey. O. ey. O. ey. Ich glaube, ich habe keine Reaktion für dieses Spiel. Nee. Und dann willst du dir noch den Elite-Controller dazulegen? Natürlich schon. Vielleicht bringt das ja was. Du kannst hier so einen Reckenskraft-Controller machen lassen mit Input drin. Nee, also immer. Mh, kostet nur 10 Euro mehr. Ja, aber der Controller ist auch für Beat'em Up supergeil. Ja. Würde ich mir auch noch E1 holen. Ich raste noch aus, ich raste noch aus. Wir werden jetzt... wir werden gefickt. Ey, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr, ne? Ach. 6, 19. Dicke hier. Ja. Ey, das ist doch... ey, Alter. Das ist doch nicht wahr, ernsthaft, oder? Ja, doch. Probierst du doch eigentlich nichts umspielen, oder? Ja, das ist schon irgendwie... Ja, das ist schon irgendwie... Ich schaffe es nicht mal mit nem Scheiß-Raketen, weil mich keiner sieht. Ich geh gleich in einer Seite, ja. Ach, ja. Ach, ja. Krass, ey. Bin ich der Letzte? Pulverweg. Nee, letzte geht eben bis 100. Geht ja bis 100? Ja. Ah, scheiße. Ich hoffe da bis 85, da war mal irgendwas. Nein, auf jeden Fall rundherum. Fuck. Oh, ich hab mich wieder selbst geblendet. Ich kann aber nur so viel sehr gut, ey. Jo, ich hab mich nicht gesehen. Ach. Ach. Ah. Wenn ich jetzt zu kill bin, dann hat die raus. Boah, alter Schwede, ey. Boah, schlecht. 8 zu 23, ey. Oh, über 60 Frames. Ich fahr ja gern auch mal so gut. Ey, ich fahr auch schon unter den Platz drei. Wo sowas bestimmt ist. Irgendwas. Alter Schwede, ey. Also bei der Leistung, die ich abbringe, da brauch ich aber 500 Doppel-XP-Wochenenden. Ja. Ja. R-Diff. Nein. Ach, die Map kann ich auch nicht. Ach, da suche ich sowieso bei jedem. Ich kann die alle nicht. Vielleicht bei den nächsten? Ja, bald kommen. Stimmt. Wir haben ja Season Pass. Ah ja, okay. Ich bin unten. Du bist immer unten, du Dussel. Immer diese... Head-Gleech. Gleecher. Wie das den? Oh! Da wisch ich ein, kommt der Nächste von hinten. Ich kotze gleich. Ey. Bevor ich einmal geschossen habe, bin ich schon tot, ey. Also irgendwas war ich falsch. Wahrscheinlich. Ey, wenigstens bin ich tot drüben angekommen. Ist ja auch schon mal was. Auf vorne hinten. Aber gehen wir ja in die anderen. Na also, geht doch. Auch mal nen Kill. Oh, ey, was? Wo waren die? Ja klar. Chok, 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 du. Ich auch noch. Oh. Ey, was? Leute, ey. Wie kann man in so einem schnellen Spiel so ein Spielziel haben? Das verstehe ich nicht. Ich reihe da alles nicht. Ich reihe da alles nicht. Das Problem ist, ich werde immer schlechter, weil ich mich dann immer mehr aufgeregt. Dann seh die Sache da positiv. Was soll ich denn da positiv sehen, immer die Muschi und die Titten und den Kopf weggeballert zu kriegen? Du bist ja merkwürdig, ey. Ja. Ja, ich rede. Ich reihe da hin. Ich rede da hin. Ma, du idiot. Haha. Ich rede da hin. Achtung, feindliche Teller entdeckt. Wie das denn? Willst du mir erzählen, dass ich jetzt voll Sturzschaden bekommen habe? Ah, wieder in der Ecke, hoffen wir. Ich glaub' das nicht. Boah, ich glaub' da könnte ich ja echt lieber Star Wars Battlefront spielen. Da bin ich zumindest besser drin. Stimmt. Ja, ist so. Ey, der Ficker, der steht da hinten und lässt mich einfach verricken. Oh, nein, ich hätte alle drei haben können. Apa? Boah. Ach ja, du hast ja noch mal vorhin. Das ist so. Was so? Ey, was so? Er lecken die Daumensacke. So ungefähr. Meine Fresse. Komm, du haust jetzt gleich in der nächsten Runde die Nukleare raus. Null Toten. Ja, nein. Nein. Ey, ich bin so blöd zum Zielen und zum Tretten. Ernsthaft, ey. Ich hab' ich halt nicht geschissen. Du triffst ihn nicht dazu. Mein Gott, alter. Ah. Ah, wieder der Flammenwehr vom Mann. ich hätte jetzt so gut abräumen können aber nö Junge Junge Junge, was ist denn los hier? Ich glaube wir spielen demnächst echt arg, da kannst du wenigstens nicht so viel verkacken Stimmt Ich bin so schlecht, ich krieg nicht und nimm mal eine von diesen Dingern da raus von Abschlosserien Ich hab auch nur Fernentladung, Drohne und Vorgänger Ja, aber ich krieg die ja nicht mal aktiviert so schlecht, bin ich Ja, ich auch nicht Wo ich die zwischendurch mal raushaue, aber jetzt, sag mal Dir jetzt... Mate, jetzt sitzt deine Ecke, warum ist denn da keiner reingegangen? Jawolle, war ein Kill hier Du-tu-tu-tu-tu Du-tu-tu-tu-tu-tu Du-tu-tu-tu-tu-iki-iki-iki-來了 Ich muss den Schießpunkt wieder nehmen. Weiterkill! Yeah! Und da bin ich tot! Scheiße! Nein! Ah! Yo! Meine Pistole! Ah! Ich bin irgendwie gerade schlecht. Bei mir geht es ja noch. 4-3. Ich bin mal wieder im Plus. 1-2-1. Oh Mann! 3-2-1. Oh Mann! Der ist wahrscheinlich auch aufgespürt oder sowas für so einen Scheiß-Drecks-Perk. Oh, dann habe ich auch, wenn er mal... Ich kriege nur... Doppelabschuss. Ich weiß auch nicht. Ey, vergiss dich mal aus. Wie geh ich hier? Kriegst die Kurve? Das ist ja gut an meiner... Keiner! Oh, geht da wieder! Null! Ich bin fast gestorben. Ich glaub das nicht. Da habe ich mich auch wieder dämlich angestellt. Kriegsmaschinen rausgeholt. Ich bin tot! Ist das nicht immer so... Nee, eigentlich nicht. Zumindest nicht mit der Kacken-Schuppe. Ich bin tot. Nein! Shit. Shit, 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 shit. Du sitzt da so entspannend. Ja. Ob das jedes Mal dasselbe wäre. Ja, ist doch mittlerweile. Ich chill da halt beim Abkratzen. Ich bin ja jedes Mal hier auf der Presse. Na ja, was soll ich denn da groß und dann ändern? Erst was spielen kann ich nicht, weil ich nicht gut genug bin. Aber auch keiner von den Teemates, ne? Haut man so eine Drohne raus oder so? Ja, wahrscheinlich wird dann zu schlecht. Ah, du fatze! Tschuldigung. Wann wir doch weil sie es nicht haben oder weil sie alle zu schlecht sind? Wahrscheinlich. Beide sind besser. Kann das ja eigentlich gar nicht sein. Das ist jetzt dein Enkel. Genau. Ah, andere. Ach, den hab ich gar nicht gesehen jetzt. Scheiße. Ich guck, wo soll ich denn mit. Ich bin mit dem Trottel, ey. Oh. Ich hab mich wieder fast nur gekillt. Hey, 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 hey. Komm, einfach mal. Wir haben mal nen Sieg hier und ich bin trotzdem 9-11, ey. Scheiße. Guck mal, wie geil der erst mal daneben Ballon. Aber schon Gold, weißt du? Ah, natürlich. Bop's the wall. Wail. Wail. Wail? Guck mal, da kann ich bestimmt gleich wieder schwarz machen, ne Scheiße kaufen, die ich nicht gebrauchen kann. Wahrscheinlich. Hey. So wie immer. Ey, die Sachen vollgeschaltet, kann ich alles nicht nutzen. Scheiße. Hauptsache ich hab's schon mal, ne? Ja, das ist, die haben das hier irgendwie doof gemacht. Ja. Und bei den seltenen krieg ich wahrscheinlich noch ne Scheiße, die ich auch nicht nutzen kann. Doch, wenn du die Waffe frei bespielt hast. Was nimm mal, Stronghold oder Geheim? Ah, Strong. 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 Strong Kanego und den, den. Ich spreche mich sehr, bitte. Ja. Strong Kanego und, äh, von Talkechis Castle. Äh, und, und. Oh, ich geh mit dem nicht. Ich hab das so oft gesehen, jetzt ist es im Endfall. Du hast das echt so oft gesehen? Ja klar, ich hab die, die einzige deutsche DVD hab ich davon. Sollten drei, äh, wollten uns rauskommen, äh, zwei oder drei wurden gecancelt, aber die erste hab ich. Hab ich glaub ich für 45 Euro gekauft. Verschweißt. Ja, die sind teilweise verschweißt 100 Euro wert. Hä? Ich hab sie natürlich aufgemacht, weil ich so vernünftiger Qualität sehen will. Weil bei Youtube kriegst du immer meistens Kacke. Okay. Strong Kanego und, äh, Onchitshtankobo. So war das. Ah, jetzt hab ich's wieder. One Ball of the Badger und Venom G3. Real Desire. Aha. Aha. Ja, das geht mal. Und. Ich muss mir mal klassen erstellen. Die Maze. Mission ist gestartet. Ja, ich muss mir mal anrufen. Ja, ich muss mir mal anrufen. I got a rocket launcher. And you not. Oh, jetzt bin ich genebelt. Ich hab die G3x auch Gerüstung an, ne? Boah, ich glaub es nicht. Hat hier Gerüstung, hat so ne Schutzweste und hat die Explosion überlebt. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ich hab dir Spaß gemacht. Meine Fache. Das ist einfach so. Nein. Was der Fache. Das ist einfach so. Was der Fache. Was der Fache. Hinter mir. Das ist der da, der Huhuhu. Der Huhuhu? Ja, der Huhuhu. Ah ja, ich komm noch nicht. Vielleicht ist die letzte Tür. Jawoll! Killed. Malte! Mit dem Sniper. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Ja komm, wir zu Ende spielen, das wundert. So, jetzt kommt der Huhuhu, wenn er durch die Tür wird. Ich wusste es, der bleibt da nur in diesem Raum. Da kommt auch kein Arsch mit. Aber ich komm selber nicht weit. Ich kann nicht mehr rumkommen. Oh, Sniper! Plug! 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 Quickscope! Ach, leck mich doch. Ich weiß zwar, was das ist, aber ich kann das nicht. Ich kann es auch nicht. Der wieder? Ja, gut. Alter, noch nicht so schnell reagieren. Ich lauf mal außen an. Das hat mir gerade gut geholfen. Jawoll! Boah, hat der schon immer noch was getan? Scheiße, danke. Oh, ganz schön. Ah, ich trolle nicht gedacht, ich hab ihn schon ungebraten, oh, ne, ich kann ihn nur auch noch mal steuern Pimmel, 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 Pimmel Der ist tot Shit Jetzt Ah, das ist ja zu dir, mitschig. Ja. Wat?! Ich hab da gar nicht richtig gesehen, ey. Tss. Ach, ich hab überhaupt nicht. Ich hab überhaupt keine Chance. Das ist eine Herbe in Tollstock. Wir haben... Das war's. Naja, immerhin etwas. Yo, ich bin der letzte Geld, alles gleich. Hehehe. Alter, wir sind so schlecht. Ich bin eigentlich nicht schlecht. Alter, und dann noch mit ner Piste. Wie scheiße ist der Porto 63? Ja, Porto 63. Direkt mal in den Kommentar schreiben, was das für... Was weiß ich das. Hehehe. Boah. Ist das ein Scheiß, ey. Uh, zuck. Was ist denn scharri? Ja, den haben wir schon klack, ey. Alter, schön, ey. 9,14, ey. Unglaublich mies. Was soll ich denn sagen? Ja. Ja. Da sieht man da hin. Was denn? Wie viele schon... Wie viele Minuten? Eine Stunde, zwei. Ui. 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 So, schwarz mag noch mal einmal und dann ist ab. Alles klar. Hier schlüssel ins Adventurist. Oh, da haben wir jetzt gedacht... Ui! Ha! Nein, hat er mal einen. Oh, legendär. Äh. Na, fehlt er. Okay. Soll ich auch noch mal gucken. Moment. Hat er mal? Hallo. Was? Gehen wir auf Extras? Was denn? Warum hast du Cyborg und Waffenfähigkeit 115? Das weiß ich doch nicht. Wann hat er sich gerade auf diese Form gestellt, oder was? Ne, die digitale Dingsboots hat du noch gekauft, das haben wir auch. Ja, aber ich habe keinen 115 da, dieses Waffenfähiges 115. Ach, mach mich. Mach mich nicht. Oh, ist das ein Scheiße, ey. Scheiße ist doch noch der Höhe. Oh mein Gott. Kann sogar für Zombies ein Darm holen. Kaufen, online holen. Also, ich freue ich mich hin. Ja, dann guck du nochmal und dann machen wir dich fertig. Oh, gut. So geht's. Und 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 ah. Und ah. Und ah. Und ah. Und ah. Ne, cool. Die die dieben Körner haben nicht schlecht. Ui. Nice. Ah. Licht. M-R-16. Oh, okay. Ja, gut. Die Beste. Alles klar. Geh' noch raus. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal wieder mal wieder. Dann machen wir mal hier Schluss. Und spielen die nächste Mal weiter, wenn ich mal wieder Bock habe. Vielleicht wird es ja dann besser. Wahrscheinlich. Ich hoffe es. Kennst ja. Und immer schön den Abonnieren kommt. Ja. Liken und Bewerten nicht vergessen. Ja. Dann, äh. Tschüss, ne? Tschö. Tschüss.